Hallo und herzlich willkommen zurück zu Surrender Deep. Ich hab's mal probiert natürlich. Ich habe einen Stein mit meiner Axt zu hauen. Okay. Hat sich also Rockshard technisch erledigt. Endlich. Gut, Gott sei Dank. So, äh, dann, ähm, Clashing hab ich dabei. Dann wollen wir uns mal einen Speer craften. Dann können wir jetzt Fischis jagen und, äh, uns ein wunderschönes Feuer craften. Was brauch ich denn für so ein dickes Feuer? Kann ich das aufgraden oder muss ich es direkt bauen? Ich will das haben. Kostet mich. Achso, ein Firepit. Okay. Äh, Firepit. Campfire. Drei Steine nur. Okay. Okay. 4-6 Craft. Okay, dann, oh, es wird grad hell. Vielleicht... Oh, ne, wir brauchen Feuer. Wo baue ich das Feuer mal hin? Ich denke, hier drüben hin. Da, wo ich sowieso hin möchte. Vielleicht. Hier ist doch super schön. Dann baue ich es hier vorne hin. Und zwar genau... Hier. Ah, das geht gar nicht direkt an. Das ist gut. So, C. Äh, hier. Craft. Aha. Das große kostet nochmal. Wunderbar. Craft. Uh, nice. Nice, nice, nice. Sehr schön. Das erste, was wir tun sollten. Das erste, was wir tun sollten, ist... Was zu essen besorgen. Lecker Fisch zum Frühstücken. Ja, das klingt nach einer tollen Idee. Ist noch mega dunkel hier. Äh, Licht. Fisch. Hab dich. Okay, mal Fisch-Snack. Fisch-Snack. Mehr. Sardine. Lecker, lecker, lecker. Mehr. Aha. Seestern. Der ist nur Deko. Was gibt's denn hier? Fische. Fisch. Woher weißt du eigentlich, ob die Fische genießbar sind? Ich hab keine Ahnung. Sardine. Komm her. Hey. Jetzt aber. Jetzt mach. Komm. Ah, geht doch. Sehr schön. Noch ein Fisch. Ah. 300 Fisch. Na, komm. Ja. Du noch? Nee. Aber du. Sardinen. Ja. Was haben wir jetzt hier? Oh, eine Kiste. Ein Kompass. Interessant. Was haben wir hier? Noch ein anderes Stück Insel. Mit Holz und... Krabben. Die schon aufgereiht sind. Das gefällt mir. Die nehmen wir mit. Auch ein gutes Frühstück. Das nehmen wir mit. Potato. Potato, Potato, Potato. Okay, was haben wir alles dabei, was wir nicht brauchen? Was ist das denn? Sardine. Ja, aber das sieht ganz schön aus wie ein Feuerfisch, den man nicht essen kann eigentlich. Okay. Die Rocks kann ich auch nicht mitnehmen. Okay, aber wir können ja jederzeit hierhin zurück. Äh. Taste treffen. Hallo. Hallo. Oh. Da war ein Leg. So, das heißt, äh, das hier ist eine Krabbeninsel. Wie schön. Okay. Äh, konnte ich noch mehr Fische? Ein Fisch kann man noch. Ähm. Steher. Komm mit. Danke. Unter Wasser. Tief in den Wellen. So. Hallo. So, was sagt, äh, die Uhr? Die Uhr sagt, ist Essenszeit. Und Durst hab ich auch. Schön. Okay, wie machbar ist das am besten hier? Das ist eine gute Frage. Kann ich da jetzt was dranhängen? Erstmal anzünden. Natürlich. Dann, äh, dranhängen. Oh. Macht das wieder ping? Ich glaub schon, oder? Warten wir erstmal hier. Okay. Wie lange braucht's denn sowas? Hm. Sieht gebraten aus. Äh, warte mal. Ah. Guckt. Sardine. Gegessen. Okay. Interessant. Äh, wie viel hat das gegeben? Ups. Entschuldigung. Nichts? Okay. Kleine Fische bringen gar nichts. Wie sieht's aus mit den Krabben? Werden die eigentlich schlecht? Die hatten so ein Lebensbar. Linksrums. Gucke, Mama. Können wir die mal hier drüber halten? Glaube nicht. Oder? Können wir die hier ran? Nein? Oh. Hab ich den richtigen gegessen? Ich glaube nicht. Oder? Doch, hab ich. Äh. Lecker Krabbe. Hm. Okay. Äh. Können wir... Warte mal. Ich hol mal... Was hab ich dabei? Einiges an... So. Warte jetzt ins Crafting-Menü. Unter Haus. Foundation. Wood Foundation. Plank Foundation. Aha. Ist die Foundation. Uh, krass. Wood Foundation. Cool. Craft. Wäre es mit so... Hier hin? Yo. Crafts brauchen ein bisschen länger. Mehr Holz. Du bist durch, oder? Ne, bist du nicht. Bist du durch? Glaub noch nicht. Okay, also für die Foundation brauchen wir nur Holz. Das heißt, ich kann ein bisschen alles mitnehmen hier. So weit wie geht. Eins, zwei, drei. Ich hoffe, das ist egal, welches Holz man da... Ich hoffe, man kann die alle klippen. Äh, Moment. Foundation. Driftwood. Ja, man kann sie klippen. Sehr schön. So. Äh, die Krabbe nehmen wir mal. Snacken wir uns direkt mal rein. Die kommt als nächstes. Und mehr Foundation. Kraft. Und, nein. C. Hier. Kraft. Ist doch sehr cool. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Hopp. Die brauchen ein bisschen länger. Okay. Ähm, hab ich noch Holz? Nope. Äh, cancel. Wie groß will ich denn meine Anfangsbasis haben? Ich glaube, das reicht erstmal, oder? Mein, lagern tue ich eh alles draußen. Dann können wir hier so ein bisschen Windschutz und so. Dafür muss ich eine Palme fällen, denke ich mal. Für Palmenwedel. So, was können wir denn? Was können wir denn? Floors. Ähm. Okay, Multi. Sorry, Floor. Ach ja, genau. Die können ja, ähm. Ja, quasi nach oben hin. Stimmt, wir brauchen das gar nicht dabei haben. Wir brauchen bloß in der Nähe stehen. Haha. Cool. So, ähm. Wände. Wall. Window. Window. Cool. So, halt, stopp. Ich würde aber gerne das alles mitnehmen. Und, äh, ja. Meine Krabbe nicht vergessen. Äh. Moment. So. Guckt, Krab. Wie sieht's hungertechnisch aus? Immer noch. Also, hau rein, den Mist. So. Die kommt hier ran. Dann bauen wir jetzt mal hier. Ne Wall. Ne. Äh. Window. Window. Warum nicht? Window. Äh. W-w-window. Plank-window. Ne. Wooden. Das sieht doch ganz witzig aus. Hopp. Das sieht wirklich sehr witzig aus. Also, keine Palmenwedel, einfach nur Holz. Gut. Warum nicht? So. Wie? Ich hab' ne Planke dabei. Die können wir noch hier ablegen. Und ich hab'n Kompass. Den können wir mal hier mit hinlegen. Sowieso mal alles, was wir grad nicht so brauchen. Ähm. Okay. Ach ja. Und natürlich Boxshard. Dann, äh, kann ich das Ding hier fällen? Nö, ne. Das liegt hier lustig rum. Ich brauch' Ups. Mehr Holz. Und gekochte Krabben. So. Kann ich? Oh. No. Äh. Okay. Kann ich splitten? Ah. Okay. Hatte ich jetzt noch Hunger oder nicht? Nein. Gut. Schon mal eine gekochte Krabbe. Haben wir da? Das ist, das ist gut. So. Ich wollte meine Axt. Gut. Ja. Ah. Wie spawnen die eigentlich? Die Sachen? Die Scrap-Sachen? Das ist auch eine gute Frage. Das wäre gut, äh, interessant zu wissen. Da wollte ich noch nicht hin. Ich wollte die Krabbeninsel. Da gab's auch, ähm, Stöckchen und Steinchen. Steak sind es noch. Maybe. Mal gucken. Läschen. Läschen. Wuhu. So. Läschen ist voll. Äh. Welche Richtung musste ich? Ich glaube diese Richtung oder so. Ich hab's vergessen. Ich habe Brät's noch. Ähm. Ich glaube. Welche Richtung? Hier. Das sind die Inseln. Und. Hier. Da vorne. Das ist kleine Wrackartige Ding. Und hier ist die Krabbeninsel. So. Gucken wir mal. Sprühen wir mal rüber. Paddel, 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 paddel. Sehr schön. Fische sind echt ein bisschen sehr klein. Und Potatus gibt's doch hier auch. Krabbe. Danke. Krabbe. Danke. Sticky. Bewegen sich gar nicht die Krabben. Was ist mit denen? Hm. Mag mich nicht. Aber ich nehm sie alle mit. Da ja hier die Dinger sind. Nehme ich an, dass sie. Ja. In Anführungsstrichen. Respawn. Ich hab wirklich keinen blassen Schimmer. Oh. Was ist das? Noch so ein Wrackartiges Ding. Kann man die kaputt hauen? Für. Uh. Oh oh. Kann ich mich hier bitte? Da. Oh. Eine Torch. Permanently equipped. Cool. Bin ich gecrouched? Ja. Gut. Messer. Für Potato. Oh nein. Die gingen ja weg. Kann man die anpflanzen? Ich glaub schon, oder? Kann man die? Ah. Interessant. Wenn ich die jetzt hier liegen lasse, wächst da jetzt eine neue Pflanze raus oder nicht? Das müssen wir mal ausprobieren. Ähm. Stickies. Wir können das ja schon mal alles umfällen. Los. Und gucken, äh. Was mit der Kartoffel passiert. Ich bin gespannt. Das ist Driftwood, ne? Ne, das ist es anscheinend nicht. Gut. Ich geh schon mal zurück und wegen dem Campfire, ob es noch läuft oder nicht, für die anderen Krabben... ...grabben. Paddel, 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 paddel. Jo. Flushing. Lushing. Wee. Feuer brennt noch, das ist gut. So. Kurzfristig mal hier hinwerfen. Ein bisschen Platz kriegen. Das jetzt nicht unbedingt. So. Cooked Crab. Die kommt weg. Dann kommt jetzt die nächste Crab. Ich kann die ja mal hier hinwerfen. Das sind normale Krabben. Das sind Cooked Crab, Crab, Crab. Du bist die Cooked Crab, die andere. So. Hopp. Was hab ich noch? Fishies hab ich noch. Das hat mir vielleicht nicht unbedingt in der Sonne liegen lassen, aber... Wer weiß, ob das schon implementiert ist oder nicht. Wer weiß. Okay. Wo war ich fertig? Äh, wo war ich dran? Ich war... Ach Gott. Hier. Wall. Noch ein Window vielleicht. Artist. Also... Ähm, muss ich Türen einzeln craften? Ja, ne? Gut, dann. Ähm. Craft. Hier oder hier? Ne, hier. Sehr schön. Dann... Ich sag mal noch ein Fenster. Wenn ich Fenster machen kann. Driftwood geht nur. Die normalen Dinger... Also Driftwood ist das Helle. Da machen wir, glaube ich, lieber die Foundations draus und nehmen das schöne Holz für die Seitenteile. Also... Du? Kann ich dich fällen? Nein, kann ich nicht. Ich kann nicht überhaupt noch Palmen fällen. Ich glaube... Müsste aber gehen. Hier vorne die zum Beispiel. Achso, das ist so ein Ding. So, gehen wir mal ganz kurz hier rüber. Die andere Insel, wo wir noch gar nicht waren. Gucken, was die hat. Auf jeden Fall Palmen. Platsch, platsch, platsch. Aha. Uh, die ist ganz schön groß. Palme, kann man nicht fällen? Ne. Ich glaube, man kann da hochklettern für die Kokosnüsse. Kussnüsse. So. Du bist ein Baum, dich kann ich fällen. Ah, oh Gott. Da sind Sticks zerfallen. Das ist witzig. Okay, interessant. So, dann nehmen wir dich noch mit. Aha, aha. So. Ist alles Bäume? Ne, ne? Schade. So, den noch. Okay. Du und du. Supi. Ab zurück. Und schnell noch ein bisschen Häusle bauen. Solange noch ein bisschen Sonne da ist, die aber auch gleich schon wieder sehr, sehr weg sein wird. Halt, das ist die andere Saat hier der Insel. Da wollte ich gar nicht hin. Ich habe noch Platz. Ich habe noch Platz. Nice. Für das hier. Wuhu. Okay. Schnell zurück. Platsch, platsch, platsch. Das klingt so witzig. Jetzt noch die Uhr. Ist okay. Das Feuer brennt ja immer noch. Meine Güte. Die darf da hin. Auf dem Haufen mit dir. Und du ran da. Okay. Hopp. Dann. Wollten wir noch ein Fenster. Hier hin. Hoppala. Ganz genau. Dann normale Wände. Entschuldigung. Meine Güte. Woodwall. Driftwood. Halbe Band. Cool. Was ist das? Plankwall. Achso, das sind die anderen Dinger, die man noch hat. Aha. Interessant. Interessant. Dann trotzdem eher so in dieser Region. Woll. So. Sehr schön. Hoppala. Immer wieder falsche falsche Dinge. Ähm. Woodwall. Wow. Ist ja nichts. Doch. Ah. Ja. Dann noch einmal Lemmechior. Wall. Woodwall. Zwei Stück haben wir noch. Okay. Ja. Wall. Woodwall. Woodwood. Hup. Können wir noch runterhüpfeln? Hing. So. Guckt Crab. Hauf mit dir. Und rein da. Ah, es ist bald ausgebrannt. Das Holz wird weniger. Man sieht's. Interessant. Ist ja witzig. so, will ich jetzt Driftwood want da... Want... Driftwood want Drain haben oder nun übernicht. Habe ich hier vielleicht in der Nähe zufällig einen, äh... Baum? So. Das sind alles echte Palmen. Ähm. Palme. Das, da sind Bäume, ne? Ja. Du musst es auch so. Das waren nur zwei Sticks, oder? Äh. Das ist uncool. Du hast noch einen Baum. A-ha. So. Sticks, sticks, sticks. Wer? Du, stick du. M-kay. Das hätten wir. Hüpf. Kräbe. So. Einen Haufen Krabben. Das ist prima. So, letzte Wand. Wall. Woodwall. Und... Rennen damit. Sehr schön. So, ich würde sagen, nächstes Mal kümmern wir uns ums Dach. Und, äh, ich würde sagen, ja, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.